Ergebnisse auszählen, die einen Slot enthalten, ist also nicht besonders schwer. Wenn das Muster zwei Slots enthält, ist das Prinzip dasselbe, aber es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, was ich ausgezählt haben möchte, die man bei Einwortabfragen nicht hat. Schauen wir uns das an, indem wir untersuchen, wie die Substantive Girl und Boy von den Adjektiven Small und Little modifiziert werden. Formulieren wir die Abfrage. Wir suchen im ersten Slot nach den Lemmas Small oder Little und im zweiten nach Boy oder Girl. Auszählen kann man die Ergebnisse wie gehabt mit Count Last by Word Prozent C. Ich kann natürlich auch sagen, mich interessieren die Flexionsformen an dieser Stelle nicht. Dann kann ich nach HW, also nach dem Lemma auszählen. Count Last by HW. Wir sehen, Little modifiziert häufiger Girl, Small aber häufiger Boy. Das ist übrigens eine nicht unspannende kulturelle Beobachtung. Wir kümmern uns hier aber um eine technische Frage. Was wäre, wenn ich wissen möchte, wie häufig Little insgesamt in dieser Konkordanz vorkommt, unabhängig davon, ob Boy oder Girl folgt? Mit anderen Worten, was kann ich tun, wenn ich wissen will, was wie häufig an einer bestimmten Position steht? Bei dieser Abfrage könnte man das noch manuell ausrechnen, aber bei längeren Listen mit komplexeren Mustern wird das sehr schnell mühsam und fehleranfällig. Um an bestimmten Positionen eines Musters zu suchen, hat der Count-Befehl ein optionales Argument. Bisher kennen wir ja, was Count auszählen soll und wonach. Jetzt sagen wir noch, wo gezählt werden soll. Und dafür fügen wir den Befehl onMatch hinzu. Count Last by HW onMatch. Das sucht in der ersten Position. Für die letzte Position eines Suchmusters gibt es Match End, Count Last by HW onMatch End. Das gibt mir hier also die Verteilung von Girl und Boy. Das Prinzip gilt auch bei längeren Mustern. Nehmen wir dazu den Split-Infinitiv aus der letzten Folge, also to gefolgt von einem Adverb, gefolgt von einem Verb im Infinitiv. Wenn ich hier in der ersten Position auszähle mit Count Last by HW onMatch, dann bekomme ich wenig überraschend die Frequenz für to und für Count Last by HW onMatch End werden die Verben gezählt, die in der dritten Position der Konstruktion stehen. Aber wie zähle ich dann die Mitte? Dazu muss man überlegen, wie weit die Position, an der ich zählen möchte, vom Beginn des Suchmusters entfernt ist. In diesem einfachen Beispiel ist die Mitte eine Position vom Beginn des Musters entfernt. Und um dort zu zählen, sage ich Count Last by HW onMatch, Klammer auf, eins, Klammer zu. Ich füge also eine Eckklammer hinzu, in der steht, wie viele Positionen CQP vom Anfang des Musters nach rechts wandern soll, um zu zählen. Dann bekommt man die Frequenzliste für die Position in der Mitte, in diesem Fall natürlich eine Liste mit Adverbien. Das gleiche geht übrigens auch, wenn ich vom Ende des Suchmusters ausdenke. Von dort ist der Slot in der Mitte ja eine Position nach links entfernt. Also kann ich sagen, Count Last by HW onMatch End, Klammer auf, minus eins, Klammer zu. Womit ich sage, gehe vom Ende des Suchmusters eine Position nach links zum Zählen. Das liefert auch das gleiche Ergebnis. Wenn Sie jetzt nachvollziehen können, weshalb Count Last by HW onMatch End, Klammer auf, minus zwei, Klammer zu, die Frequenz von T liefert, dann haben Sie das Prinzip verstanden. Zusammengefasst, der Count Befehl will wissen, welche Abfrage er nach welchem Attribut an welcher Position des Suchmusters auszählen soll. Das gleiche Prinzip kommt übrigens auch beim Sort Befehl zum Einsatz, mit dem man Konkurrenzen sortieren kann. Aber das werden wir uns später ansehen.